wir spielen heute mal wieder aspal legends gefeiert das spiel ja irgendwie so das heißt also es gucken sich ein paar leute auf jeden fall ich habe mir gedacht dass wir heute auch mal ein bisschen nach events gucken das event ist bei einer ausforderung endet ich weiß gar nicht was sie machen muss ich würde sagen wir drücken auch weiter ich habe nämlich absolut null ahnung okay also ich habe zehn von diesen dingern und zwei gehen jetzt weg wahrscheinlich werde ich dieses event eva karten aber egal so 2 april solo lamborghini stufe einsamer ging jetzt ein nach oben oh nice gott auf oh oh Okay, das ist ein Lacken. Oh, ich habe mich noch ein Lacken. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob das was wird. Hackel. Nein! Ah, ich hab mich selbst kaputt gemacht. Hackel. Ah, das wird nichts mehr, Leute. Ich bin ernsthaft jetzt. Ich verkack ja hier gerade komplett. Ja, ich hab komplett verkackt, Junge. Ja, gut. Gut. Äh, verkackt würde ich dann mal sagen, ne? Krass, aber ich hab's trotzdem geschaut. Hm, egal. Wir machen weiter. Wenn ihr das rennt, sprünge zwei. Okay, ich muss anscheinend zweimal springen. Ne, ich will mir keine Werbung antippen. Wir legen einfach hin. Glückwunsch. Ah, na. Bereit zu aktivieren. Okay. Waren aktivieren, ja. Oh, komm, ich level 4. Ich schaff level 4. Nice. Gratz-Pakete kann ich drehen. Nice. Aber wir machen erst mal weiter, würde ich sagen. Kann eh nur ein paar Mal machen. Leider. Leider nur ein paar Mal. Aber egal. Die ewige Stadt. Warum ist das denn jetzt schon wieder Stufe 1? Lamborghini wieder. Ist das jetzt wieder das Hebel? Äh, ja. Egal. Er hat den Anfang schon wieder komplett verpackt. Wow. Wow. Was macht denn? Habt ihr schon wieder verpackt? Hoffmann. So, Leute. Ich bin wieder da. Es gibt aber aktuell paar Probleme bei dem Game. Deswegen muss ich es jetzt nochmal neu starten. Aber es ist auch eigentlich ja nicht ganz so schlimm. Deswegen starten wir einfach nochmal neu. Wenn ich dann. So. Doch mal diesmal schaffen ich es. Gut. Hat ja gar nicht ganz viel. Muss ich hier nicht sagen. Okay. Ich glaube, ich schock das Protagonist. Ja. So. Ja, nee. Ich schaff das nicht mehr. Die Einflüge. Aber ich soll ja auch nur Sprünge machen. Von daher. Okay. 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 Okay, ich glaube, ich habe aber tatsächlich auch Ja, ich bin Achter Ah, leider Leider bin ich Achter geworden Okay, Leute, weiter geht's Ja, ich will mir keine Werbung ankicken Irgendwie diese Eisbüngbungs oder die sind so lecker Ähm, ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum ich darauf komme, weil ich gerade einen Mund habe Okay, noch eine Runde muss ich anscheinend damit machen Und da biete die Rennzeit eine Minute und 15 Ähm, ich kann tatsächlich nicht mehr mit dem Auto fahren Perfekt Ähm, warte auf Öffeln und zwei Stunden Okay, das heißt, wenn ich jetzt jemand anderes nehmen Aber dann mach ich Ja, okay Dann würde ich sagen Ja, ja, ein Pfeil So, haben wir hier noch irgendwas Gras ist anscheinend Sammeln wir das auch mal ein Einfordern So Hier wählen und alle Belohnungen Ja So, dann da Einfordern und einfordern Okay Einfordern Hier kann ich nichts einfordern Ah, ja Dann gehen wir hier mal wieder zurück Hier auch wieder Und gehen hier mal aus dem Event Raus Ja So, äh, ich glaube ich bin hier auf Season Events Ja Kann ich das ja auch machen Erfordert 15 Karriereplan Ich kann nur den hier machen Ja, das kann ich nicht Oh, das geht nur noch heute Na gut Dann, äh, ist es auch schon, ähm, per se das Event vorbei mit diesem Video Weil Events ja cool Okay, aber das hier kann ich machen Teilnehmen Artes Versuch Dies ist ein Solo Event Invent Invent Ja, bleib, 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 bleib Ich muss es nicht lesen Okay Die kann man wenigstens dreimal mit diesem Ding fahren Ah Nice, nice Wenn das dann mal laden würde Dann würde ich auch damit vorenkunden Over this later net Dies soll aber mal loben Please, please, please Okay Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist Ah, jetzt Traum auf Rädern Ja gut Das ist ja so Das heißt, ich war ja Nein Nicht Das ist Ein Spiel, wo ich alleine war Okay 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 Junge, was passiert hier gerade, alt? Ja, Junge, ich kann gerade so kacken lenken. Kacken, hab die Kurve nicht gewonnen. Okay. 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 Oh Jo, das leckt gerade alles. Ich bin gerade erster und komme auch tatsächlich mit dem ersten Dings rein. Kein Spaß, Leute. Spaß. Na gut. Ah ja. Mhm. Ja, mach am besten überall einen hin. Nice. Leute, das war es auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Da ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag und dann heute euer Sando. Ciao. Ciao. Noibes. Alright. Ciao. Hoşãn conta.